Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Noch einmal weht der frische Wind durch unseren Podcast. Die letzte Ausgabe in der Staffel Frischer Wind. Hier ist die RNV, hier ist die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mit verkehrt verhört. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um eine neue Stadtbahntrasse. Nein, nicht Franklin, nicht der neue Hauptbahnhof, sondern ein anderes spannendes Projekt in Mannheim. So viele freie Flächen gibt es in der Innenstadt gar nicht mehr, aber eine gibt es, die jetzt gerade ausgebaut wird. Es gibt einen neuen Stadtteil und zwar das Glücksteinquartier südlich vom Hauptbahnhof, zwischen Hauptbahnhof und dem Lindenhof, grob gesagt. Und die Planungen dafür, die sind jetzt schon ziemlich vorangeschritten mit Anschlüssen an die Bestandsstrecken. Im Westen, da wo die Linie 3 entlang läuft, Haltestelle Hauptbahnhof Süd und im Osten an der Strecke der Linie 1 bei der Haltestelle Hochschule. Und dazwischendrin läuft jetzt bald eine Neubaustrecke entlang, ist circa anderthalb Kilometer lang und darüber möchten wir heute sprechen, über dieses spannende Projekt. Denn damit wollen wir nicht nur Bürgerinnen und Bürger, die bald im Glücksteinquartier wohnen oder arbeiten, anbinden, sondern es hat für uns auch noch ein, zwei andere Vorteile. Bei mir heute zu Gast im Gespräch ist Sebastian Klostermann. Herr Klostermann, Sie sind Projektleiter bei der RNV im Bereich Infrastruktur. Schön, dass Sie da sind. Hi. Hallo Herr Schneider. Die Glücksteinquartierstrecke ist Ihr Projekt. Richtig, genau. Ich plane an dem Projekt jetzt schon seit einiger Zeit. Ich freue mich auch, dass ich heute hier bin und die Hörer natürlich darüber informieren können, wie es gerade darum steht. Dann schauen wir mal. Also wir fangen mal vorne an. Was sind denn die Gründe für so eine Stadtbahntrasse durch das Glücksteinquartier? Es ist ja keine große Strecke. Wir haben schon größere Strecken gebaut, das können wir an der Stelle auch offen sagen. Aber es gibt gute Gründe dafür. Welche zum Beispiel? Ja, das Glücksteinquartier ist halt ein neues Stadtteil, ein neuer Stadtteil, der mit neuen Einwohnern und Arbeitsplätzen wächst. Die Planung der Stadtbahntrasse liegt schon seit etwas länger bei uns in den Schubladen. Es hat allerdings noch nie so richtig gereicht, dort eine sinnvolle Verbindung durchzulegen. Und nachdem beispielsweise Franklin auch durch die Konversion oder durch den Abzug der amerikanischen Streitkräfte in ein Wohngebiet umgewandelt worden ist, hat es sich ergeben, dass wir das sogenannte Konversionsnetz Mannheim ins Leben rufen konnten. Das Konversionsnetz Mannheim ist ein Großprojekt einer neuen Stadtbahnlinie und besteht zum größten Teil aus dem Zusammenspiel verschiedener kleinen Maßnahmen und der Entwicklung einer neuen Stadtbahnlinie von Nord nach Süd, beginnend im Benjamin Franklin Village und endend in Rhein-Nord-Karlsplatz. Ja, zu den einzelnen Maßnahmen, da zählt auch der Platz der Freundschaft dazu oder die Haltestelle Kolumbus, der Käfertal Bahnhof, der Eisenlorplatz, Mannheim Hauptbahnhof, der jetzt im Bau ist, eben auch die Glücksteinquartier und diese neue Linie endet und wendet dann eben auch in Rhein-Nord-Karlsplatz. Ja, das Quartier an sich wird zukünftig rund 5000 Arbeitsplätze bieten, bietet Wohnungen für rund 500 neue Einwohner und dadurch steigt eben auch die Verkehrsnachfrage. Viele Menschen werden in das Gebiet, beispielsweise das neue Technische Rathaus ist dort entstanden, von Franklin pendeln oder eben auch zurück oder andere Ziele dort eben aufsuchen. Und man hat prognostiziert, dass durch diese ganze neue Linie in etwa 12.600 neue Fahrgäste am Tag gewonnen werden können. Wenn ich das Projekt jetzt nochmal schnell zusammenfasse, dieses Konversionsnetz, man hat sich das Stadtgebiet Mannheim angeguckt und gesagt, okay, wir bauen jetzt da und da und da auf den Flächen, die durch die amerikanischen Gelände frei werden, neue Stadtteile und da wird es auch eine neue Stadtbahnstrecke geben. Und dann hat man eben, das finde ich nämlich das Besondere daran, gleichzeitig geguckt, wo im Netz könnte man denn hier oder da noch was optimieren und noch was mitnehmen, um quasi diesen Effekt, okay, wir machen jetzt eh was Neues, da kann eine komplett neue Linie daraus entstehen, noch zu verstärken. Und in diesem Zug, habe ich richtig verstanden, ist dann auch das Glücksteinquartier mit erschlossen worden, dazugekommen sozusagen. Richtig, genau. Wir haben das Glücksteinquartier dann in diesem Zuge mit integriert und haben eben dadurch, dass dieses Großprojekt auch über das sogenannte GVFG finanziert werden muss, das als Großprojekt im Bundesprogramm des GVFG angemeldet, mussten dafür die sogenannte standardisierte Bewertung nachweisen und konnten dann auch feststellen, dass das Ganze einen sehr hohen volkswirtschaftlichen Nutzen hat. Der Grund dafür, dass eben diese Glücksteinallee bisher nicht gebaut worden ist, ist eben das, dass dieser volkswirtschaftlichen Nutzen vorher noch nicht nachgewiesen werden konnte. Das Projekt an sich war volkswirtschaftlich nicht sinnvoll, aber in Konzeption mit der kompletten neuen Stadtbahnlinie dann schon sehr. Ja. Wenn jetzt so eine Stadtbahnstrecke neu gebaut wird, vielleicht können Sie uns da in den Prozess mal so ein bisschen mit reinnehmen. Wie treffe ich denn zum Beispiel die Entscheidung, wie viele Haltestellen brauche ich da und wo kommen diese Haltestellen hin? Die Lage der Haltestellen ist immer relativ schwierig auszuteiligen. Also der Erschließungsstandard und die Erreichbarkeit des ÖPNV werden vornehmlich von Haltestelleneinzugsbereichen bestimmt. Die Stadt Mannheim hält einen Haltestelleneinzugsbereich von 300 Metern für Stadtbahnen und Busse vor und von 600 Metern für die S-Bahn-Haltestellen. Ja, die Lage und Verteilung der Haltestellen sind auf diese Entfernung eben auch abzustimmen. Und die Erschließung ist für alle bebauten Stadtteile zu gewährleisten. Der Haltestelleneinzugsbereich von 300 Metern für Stadtbahnen stellt in der Tat einen sehr hohen Standard dar. In begründeten Einzelfällen kann eben hiervon auch in Rücksicht auf die Besiedlung auch abgesehen werden. Insbesondere für älte oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen dürfen die Wege nicht zu weit sein. Und vom Wohnstandort bis zur Haltestelle gilt ein Einzugsbereich dadurch eben von 300 Metern als akzeptabel. Bei den Schwerpunkten mit Einrichtungen zur Daseinsvorsorge, wie zum Beispiel Ärztehäuser und so weiter, muss die Entfernung zur Haltestellen möglichst kurz sein. Hier reduziert sich die maximale Entfernung auf 200 Meter. Ja, bei der Glücksteinerallee hat man diese Haltestelleneinzugsbereiche eben dahingehend austheriert und geschaut, wo sind sinnvolle Standorte möglich, beispielsweise an Knotenpunkten, an wichtigen Ein- und Auszugs- oder Aussteigerhaltestellen. Nehmen wir mal an, die Hochschule ist da auch ein wichtiger Nutzer mit seinen vielen Studenten. Aber eben auch der Hauptbahnhof Süd wird neu angebunden, wird durch Umlegung der Haltestellen der Hauptbahnhof Süd, die jetzt durch die Linie 3 bedient wird, noch näher an den Hauptbahnhof gerückt und wird eben dadurch auch für die Nutzer nochmal attraktiver. Und wenn wir uns jetzt den Zeitplan angucken, man sieht diese Freihaltetrasse dort schon, da ist so ein bisschen Bäume und ein bisschen Gras, aber noch ein großer Grünstreifen quasi in der Mitte dieser Glücksteinerallee, wo dann bald die Stadtbahn hinkommt. Wie geht es da jetzt weiter? Welche Schritte gibt es da von Beginn bis zum Spatenstich dann an der Baustelle? Ja, wir sind momentan mit der Vorplanung beschäftigt. Die haben wir eigentlich im Großen und Ganzen abgeschlossen. Wir haben im vergangenen Monat eine Bürgerbeteiligung bzw. Bürgerinfo durchgeführt, die sehr rege in Anspruch genommen wurde. Man konnte sich dort mit den Anliegern unterhalten, was deren Befürchtungen oder auch Ängste sind bei so einer neuen Stadtbahntrasse vor deren Haustür. Aber wir haben auch viele Stimmen mitgenommen, die gesagt haben, ja toll, endlich kommt sie. Man sieht ja vor Ort die Freihaltetrasse. Viele neu hinzugezogene im Quartier warten darauf. Natürlich auch die Nutzer wie Studenten oder auch eben Anlieger von oder Arbeitenden von John Deere und so weiter. Nach dem Abschluss der Vorplanung werden wir nun mit der Entwurfsplanung beginnen. Das bedeutet, dass eben ein stimmiges und realisierbares Planungskonzept ausgearbeitet werden muss. Alle projektspezifischen Problemstellungen müssen abgearbeitet werden, zum Beispiel Leitungen oder ein Blindenleitsystem, damit wir dann eben in der Genehmigungsplanung oder weiteren Planungsschritten uns mit deren Verbänden oder auch mit den Leitungsbetreibern qualifiziert austauschen können und eben deren Belange auch mitnehmen. In der Genehmigungsplanung geht es dann weiter. Das sind dann die nächsten Planungsschritte. Dabei sind auch besondere Rechtsvorschriften zu beachten und einzuhalten und zu kontrollieren, ob die einzuhalten sind. Das sind meistens solche, die sich für den Laien auf den ersten Blick nicht gleich erschließen. Zum Beispiel ist eine verkehrstechnische Untersuchung notwendig, werden besondere Umweltuntersuchungen, Lärmunterschütterungsgutachten oder Baugrunduntersuchungen benötigt. Das ist dann Teil der Genehmigungsplanung. Ja, danach wird das sogenannte Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Da werden auch Abstimmungen mit den Verbänden durchgeführt und den weiteren trägeröffentlichen Belangen. Die Ausführungsplanung schließt sich nach dem Planfeststellungsbeschluss an und der Bau, wenn alles gut läuft, kann 2025 bis 2027 beginnen. Und dann werden 2027 die ersten Stadtbahnen auf dieser neuen Strecke rollen. Aber ich merke schon, das ist schon spannend, wie viele Regeln und Formulare und so sie alles kennen müssen und im Blick behalten müssen. Da muss man schon sehr, sehr weitsichtig und umsichtig unterwegs sein. Vielleicht können Sie uns nochmal kurz erklären, warum macht man das? Warum baut man erst sozusagen ein Stadtteil mit einem riesigen Grünstreifen zwischendrin und weiß, dass man sieben, acht Jahre später erst die Straßenbahn da reinbaut? Warum macht man das so? Ja, zum Glück macht man das so. Das kann ich gerne erläutern. Der Glücksfall liegt darin, dass wir uns eine Freihaltetrasse sichern konnten, indem wir jetzt die Stadtbahn hineinlegen können. Es war bisher nicht möglich, aufgrund des fehlenden Nutzens dieses einzelnen Projektes nur die Stadtbahntrasse hineinzulegen und dort eine vernünftige Linienverbindung oder ein Betriebskonzept aufzustellen. Das war eben volkswirtschaftlich nicht sinnvoll und man hat das eben dann so lange auf Eis gelegt, bis man sich dazu entschlossen hat und jetzt eben auch dieses Großprojekt der neuen Linie 16, nennen wir sie, gefunden hat, um das Konzept und den Verkehr über die neue Glücksteinallee dann eben laufen lassen zu können. Also das ist unter dem Gesichtspunkt dann sinnvoll, wenn ich das richtig verstanden habe, dass quasi man kann sich erstmal um alles andere kümmern und weiß, man hat Platz für eine Stadtbahn und wenn dann auch noch eine reinpasst, also auch finanziell und mit den ganzen Regeln außenrum reinpasst, dann kann man sie einfach bauen. Genau, so ist es. Und in diesem Fall, ich habe schon mehrmals das Wort Glücksfall im Mund genommen, ist es so, dass man eben nicht unnötig auf irgendwelche Bebauungen, die vielleicht aus Versehen sozusagen schon passiert sind und man muss nun Rücksicht auf diese Bebauung nehmen, dass man diese wieder rückgängig machen muss oder irgendwelche Kompromisslösungen finden muss, sondern man hat jetzt großzügig Platz, um seine neue Stadtbahntrasse dort hineinzubauen. Okay, mit wem müssen Sie da sprechen, wenn sowas gemacht wird? Wer hat Mitspracherecht, wenn so ein Projekt umgesetzt wird? Wird da zum Beispiel der Hochschulcampus noch mit gefragt, weil man ja quasi vor der Haustür da vorbeifährt und sich mit denen ein bisschen absprechen muss? Die Anwohner, die Stadt, mit wem müssen Sie da sprechen? Ja, das ist natürlich überwiegend die Stadt Mannheim, die komplette Stadtverwaltung mit ihren Fachbereichen, die dort ein reges Mitspracherecht haben, aber auch wenn es um einzelne Belange von Anliegern geht. Also Sie haben schon den Hochschulcampus angesprochen. Das ist ein Bereich, der noch nicht durch eine Freihaltetrasse gesichert worden ist. Hier wird es etwas schwieriger als in dem Bereich, wo wir das Grünleis oder die Grüntrasse schon liegen haben. Ja, da müssen wir uns zunächst mit den Interessen der Anliegern beschäftigen. Wir müssen sie anhören, wir müssen miteinander reden, müssen deren Interessen mit unseren betrieblichen Belangen abwägen und rnv-intern darüber abstimmen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Beispielsweise, ja, würden wir vielleicht auf einen Doppelgleis verzichten und nur eine eingleisige Streckenführung vielleicht auch akzeptieren. Aber das war in dem Fall nicht so. Die Akzeptanz des Projektes ist relativ hoch. Jeder Anlieger, jeder Nutzer hat erkannt, dass die Strecke ein Potenzial für sich birgt. Der Campus kann auch mit einer vernünftigen Trassierung und mit einer guten Planung gut neu gestaltet werden und auch sicher für den Stadtbahnverkehr hergestellt werden. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, da ist sowieso schon vorne dran ganz viel Platz, sage ich jetzt einfach mal ganz lapidar. Also da stehen irgendwelche Poller und große Steine liegen da rum. Also man hat das, glaube ich, schon so relativ günstig vorbereitet, dass da jetzt nicht nur mal fest was hingebaut wird oder so, was man dann wieder zusammenreißen müsste. Wie ist denn das ganz grob so, wenn es dann wirklich losgeht mit dem Bauen? In welcher Reihenfolge baut man so eine Straßenbahnstrecke? Was passiert dann? Ja, das ist in dem Fall, muss das tatsächlich noch abgestimmt werden. Es ist ziemlich unerheblich, ob ich jetzt am Hauptbahnhof Süd oder an der Hochschule anfange. Wichtig ist, dass ich mich mit den Anliegern verständige, weil das ist davon abhängig, ob ich vielleicht noch benachbarte Bauvorhaben habe, die ich eventuell dadurch stören könnte. Dann macht es Sinn, auf der anderen Seite anzufangen. Wichtig ist auch, dass ich eben einen geringen Einfluss auf den Linienverkehr, auf den Schienenverkehr der Linie 3 oder der Linie 1 habe, dass man dort diese weichen Verbindungen dann eben auch in den ruhigen Betriebsphasen herstellt. Aber ob da jetzt zuerst das Schienenstück oder die Hochleitungsmasten gebaut werden müssen oder so, da kommt es erstmal nicht. Das macht man, wie es passt am besten. Genau, ja. Okay, gut. 2027 haben Sie gesagt, soll die erste Stadtbahn dann rollen. Vielleicht können Sie uns noch erzählen, wie eng begleiten Sie sowas? Sind Sie dann regelmäßig auch draußen als Projektleiter und gucken, wie das so sich fortschreitet? Oder wie sieht Ihr Arbeitsalltag dabei aus dann jetzt noch die nächsten Jahre? Ja, also ich bin Projektleiter bei IS4. Das ist bei uns die Planungsabteilung. Wir beschäftigen uns mit den Leistungsphasen der sogenannten HOAI, von der Vorplanung bis zur Genehmigungsplanung. Und wenn sozusagen das Baurecht und die Finanzierung durch unsere Abteilung oder durch mich eben hergestellt worden ist, geben wir das Projekt in die Bauabteilung. Und dort wird es dann über die Ausführungsplanung im Detail fein geplant und zur Ausführung gebracht. Und die Bauleute sind dann die Menschen, die dann praktisch dem Bagger sagen müssen, wo er langfahren soll. Das heißt, Sie haben jetzt quasi bis 2025 alle Papiere auf dem Tisch und dann, wenn es losgeht, übergeben Sie den ganzen Koffer an die Kollegen vom Bau und dann sind die Ausführenden. So ist das. Und dann geht es ans nächste Projekt. Dann geht es ans nächste oder parallel an dem anderen oder wird zeitgleich herumgeschraubt. So ungefähr läuft das ab. Dann hören wir uns dann wieder, Herr Klostermann, wenn Sie dann nochmal Neues zu erzählen haben und sind dann gespannt, was Sie uns das nächste Mal mitbringen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen auch. Und ja, ihr seid auch herzlich eingeladen, wieder zuzuhören bei der nächsten Staffel von Verkehrt verhört. Beginnt dann mit der nächsten Folge. Wir haben jetzt quasi wieder fünf am Stück abgeschlossen unter dem Titel Frischer Wind. Und auch beim nächsten Mal wird es garantiert wieder spannende Einblicke geben. Dann unter dem Titel Die RNV zum Anfassen. Was das heißt, seid dabei und werdet es erfahren. Bis dahin. Gute Fahrt.